. . . . . . Wow. . . Ich danke euch. Danke. . Also, jetzt. . Herzlichen, herzlichen, herzlichen Dank. Wer hätte das gedacht? Ich sage erst mal Danke an euch alle. Und an die, die da noch draußen stehen und eigentlich gerne hier drin wären. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ihr habt wahnsinnig gekämpft. Ihr wart großartig. Es haben ganz viele Leute gearbeitet, hart gearbeitet. Die letzten Wochen und viele haben nicht mehr daran geglaubt, dass wir das hätten erreichen können, was wir jetzt erreicht haben. Vielen Dank euch allen. Ich will. So weit. So weit. So weit.